Zuerst wird eine konkrete Produktionsfunktion vorgestellt, die den getroffenen technologischen Annahmen entspricht. Sie bildet den Kern des Modells, das die notwendige Verbindung der Unternehmensplanung zum Absatz- und Beschaffungsmarkt herstellt. Auf dem Absatzmarkt wird der gesamte Output des Unternehmens verkauft. Dort bildet sich der Absatzpreis, den der kleine Anbieter nicht beeinflussen kann. Nach der Multiplikation von Preis und Absatzmenge erhält man somit den Erlös des Anbieters. Die Inputfaktoren bezieht das Unternehmen über Beschaffungsmärkte. Die Preise der Produktionsfaktoren muss der Produzent ebenfalls als am Markt vorgegeben hinnehmen. Zusammen mit den Inputmengen bestimmen damit die Faktorpreise die Produktionskosten des Unternehmens. Ziel ist es nun, den Gewinn zu maximieren. Da sich aber sämtliche Preise der Einflussnahme durch den Produzenten entziehen, bleibt dem Unternehmen nur die Möglichkeit, den Gewinn über die Outputmenge zu optimieren. Um das Gewinnmaximum herzuleiten, wird daher ein Modell entwickelt, das alle Informationen in einer Gewinnfunktion verdichtet. Diese stellt den Gewinn des Anbieters ausschließlich in Abhängigkeit seines Outputs dar. Dann werden wir uns anschauen, welche Bedingung erfüllt sein muss, damit der Output gewinnmaximal ist. Aber wir werden noch einen Schritt weiter gehen. Um den Anbieter in seiner strategischen Planung auf alle Eventualitäten am Markt vorzubereiten, werden wir eine Regel herleiten, die dem Produzenten zu jedem denkbaren Absatzpreis die passende, optimale Angebotsmenge liefert. Diese Angebotsstrategie wird schließlich in einem Preismengendiagramm als Angebotskurve dargestellt. Es zeigt sich, je höher der Absatzpreis ist, umso höher ist das gewinnmaximale Angebot des Unternehmens.